Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempefort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nöblierten Wohnung liegt bei ca. 60 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1.600 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempefort. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempefort. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempefort.